Hallo, willkommen zu einem neuen Video der Firma SR Turbo Technik. Was haben wir euch heute mitgebracht? Wir haben euch heute einen wunderschönen Tiguan R mitgebracht, in dem wir jetzt eine Downpipe verbaut haben. Die werden wir uns gleich mal anhören. Die Downpipe ist allerdings nur für ein Ausland ohne TÜV. Aber jetzt kommt es, wir haben für den eine Stage 1 inklusive TÜV bei uns im Haus erhältlich. Wir haben auch weitere Produkte dafür, aber das werden wir euch in einem anderen Video erzählen. Jetzt werden wir mal kurz das Ding starten und gucken, was der so an Krach macht mit einer richtigen Downpipe ohne OPF. Ja, wenn ihr auch Bock auf sowas habt, schreibt uns gerne eine Mail an anfrage at sar-turbo-technik.de. Wir werden es unten nochmal einblenden oder schreibt uns per Instagram. So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ich bin raus.